Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Framie und werde Sie durch dieses Tutorial begleiten. In den nächsten Minuten werden wir uns anschauen, was das Spannende an der Theorie der Frame-Semantik ist. Dazu werfen wir zunächst einen Blick auf wesentliche Grundannahmen und klären, was man unter einem Frame und einem FrameNet versteht. Und dann schauen wir uns noch an, wie man Frame-Analysen durchführen kann. Also, legen wir los! Was ist die Frame-Semantik? Die Frame-Semantik ist eine Bedeutungstheorie, die sowohl auf den Kognitionswissenschaftler Marvin Minsky als auch auf den Linguisten Charles Fillmore zurückgeht. 1975 führte Minsky den Begriff Frame in die künstliche Intelligenzforschung und Fillmore wiederum in die Sprachwissenschaft ein. Grundannahme der Frame-Theorie ist, dass Menschen über ein mentales Lexikon verfügen, das in Form von Frames organisiert ist. Auf diese Grundannahme können sich Frame-SemantikerInnen einigen. In anderen Belangen besteht allerdings Diskussionsbedarf. Dies führt dazu, dass sich unter dem Label Frame-Semantik ganz unterschiedliche Theorien und Methoden verbergen. Es gibt daher ebenso wenig die eine Frame-Semantik, wie es das einzig wahre Frame-Konzept gibt. Wenn im Folgenden also von Frame-Semantik und Frames die Rede ist, dann ist damit die Frame-Semantik nach Fillmore gemeint. Mit dem Terminus Frame beziehen wir uns darüber hinaus auf ein Frame-Konzept, das auf das von Fillmore ins Leben gerufene Berkeley-FrameNet-Projekt zurückgeht. Was verstehen wir also hier unter Frames? Frames sind konzeptuelle Bedeutungsrahmen, die im mentalen Lexikon durch sprachliche Ausdrücke hervorgerufen werden. Statt hervorrufen sagt man auch evozieren. Wörter evozieren Frames. Schauen wir uns zum Beispiel das Verb Rechen an. Machen wir uns bewusst, was wir alles an Wissen abrufen müssen, um dieses korrekt verstehen und gebrauchen zu können. Mit dem Verb Rechen sind komplexe Wissenszusammenhänge verbunden. So wissen wir, dass zu einem Racheakt immer eine Person gehört, die eine andere Person bestraft. Das ist aber noch lange nicht alles. Wir wissen darüber hinaus, dass die Rache aus einem vorangegangenen Ereignis resultiert. Und wir können dieses Ereignis auch charakterisieren. Es handelt sich nämlich um ein Ereignis, bei dem ein Schaden verursacht wurde. Dieser Schaden kann den Rechenden selbst, aber auch eine andere Person, in der Regel eine, die diesem etwas bedeutet, betroffen haben. Im Rache-Frame spielen also Wissensaspekte wie Rechender, Täter, geschädigte Partei, Schaden und Bestrafung eine zentrale Rolle. Optional können weitere Aspekte näher bestimmt werden, beispielsweise zeitliche oder örtliche Umstände, die Art und Weise oder auch das Instrument. Frames machen also das komplette Sprach- und Weltwissen verfügbar, das für das Verständnis eines sprachlichen Ausdrucks benötigt wird. Frames sind allerdings keine Einzelgänger. Jeder Frame weist Verbindungen zu anderen Frames auf, mit denen er ein Netzwerk bildet. Und genau an dieser Stelle kommen sogenannte Framenet-Projekte ins Spiel. Sie machen es sich zur Aufgabe, das Framenetzwerk einer Sprache strukturiert offen zu legen, und zwar in Form von Online-Wörterbüchern. Das allererste Framenet wurde von Charles Fillmore Mitte der 90er Jahre in Berkeley, Kalifornien gegründet. Was ist das Birkleyer Framenet? Das Birkleyer Framenet ist ein framebasiertes digitales Lexikon für Wörter und feste Mehrworteinheiten des Englischen. In Framenet werden Wortbedeutungspaare, sogenannte lexikalische Einheiten, kurz LE, des englischen Alltagswortschatzes analysiert und in Form von Frames und Frame-Elementen definiert. In der Forschungsliteratur werden lexikalische Einheiten auch frame-evozierende Elemente, kurz FEE genannt. Beide Begriffe tragen dem Umstand Rechnung, dass sprachliche Formen unterschiedliche Lesarten haben und somit häufig mehr als nur einen Frame evozieren können. Dies ist zum Beispiel bei dem Wort Maus der Fall, dass sowohl ein Tier als auch ein Computerzubehör-Frame evoziert. Frame-Elemente, kurz FE, sind die Bausteine oder Wissensaspekte, aus denen sich ein Frame zusammensetzt. Sie kennen sie vielleicht schon unter dem Begriff der semantischen Rolle. Frame-Elemente oder semantische Rollen lassen sich mithilfe der syntaktischen und semantischen Valenz einer LE ermitteln, dazu gleich mehr. Grundsätzlich werden Frame-Elemente in zwei Kategorien unterteilt, in Kern-Frame-Elemente, kurz Kern-FE, und Nicht-Kern-Frame-Elemente, kurz Nicht-Kern-FE. Kern-FE sind Wissensaspekte, die zum Verstehen aller LE in einem Frame notwendig sind. Das heißt, dass sie immer mitverstanden werden müssen, auch dann, wenn sie gar nicht sprachlich realisiert sind. Für das Verstehen einer LE spielen Nicht-Kern-FE dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Sie sind, im Gegensatz zu Kern-Frame-Elementen, nicht bedeutungskonstitutiv. Schauen wir uns das Ganze an einem konkreten Beispiel an. Den Rache-Frame kennen Sie ja bereits. Im vorliegenden Beispiel wird der Rache-Frame von dem Verb Heimzahlen aktiviert. Im Folgenden gilt es nun, in einem ersten Schritt die syntaktische und in einem zweiten Schritt die semantische Valenz der LE-Heimzahlen zu bestimmen. Die syntaktische Valenz können wir dadurch ermitteln, dass wir uns anschauen, welche Komponenten im Satz von der LE-Heimzahlen abhängig sind. Hier ist dies zum einen das Subjekt Tim, zum anderen aber auch das Dativobjekt Markus und das Akkusativobjekt den Streich. Aufgrund des Wissens, das wir um den Rache-Frame haben, können wir diesen Komponenten jetzt Frame-Elemente zuschreiben, also die semantische Valenz bestimmen. So handelt es sich bei Tim um den Rechenden, bei Markus um den Täter und bei den Streich um den zuvor verursachten Schaden. Interessant ist nun insbesondere Folgendes. Selbst wenn die Frame-Elemente Rechender, Täter, Schaden, Geschädigte Partei und Bestrafung nicht sprachlich realisiert werden, müssen sie kognitiv präsent sein, um das Konzept der Rache angemessen verstehen und gebrauchen zu können. Im Falle dieser Wissensaspekte handelt es sich deshalb also um Kern-FE. Doch wie sieht es in dem folgenden Beispielsatz aus? Mit an diesem Tag wird sich hier auf den Zeitpunkt, an dem der Racheakt vollzogen wurde, bezogen. Im Gegensatz zu den Kern-Frame-Elementen Rechender, Täter, Schaden, Geschädigte Partei und Bestrafung ist das Frame-Element Zeit allerdings nur fakultativ. Das heißt, es muss im Gegensatz zu z.B. dem Rechenden nicht zwangsläufig realisiert oder mitverstanden werden, um das Konzept der Rache verstehen zu können. Bei an diesem Tag handelt es sich deshalb um ein Nicht-Kern-FE. Frames zeichnen sich also dadurch aus, dass sie sich aus einem frame-spezifischen Set an Frame-Elementen zusammensetzen. Neben einer allgemeinen Definition des Frames finden sie in einem Frame-Eintrag deshalb auch immer eine Definition der einzelnen Kern- und Nicht-Kern-Frame-Elemente, sowie prototypische Beispiele, die diese verdeutlichen. Dies gilt im Übrigen nicht nur für das Berkeley-Frame-Net, denn mittlerweile werden in unterschiedlichen Projekten weltweit sprachspezifische Frame-Nets in Form von Online-Ressourcen aufgebaut. Zum Beispiel für das brasilianische Portugiesisch an der Universität von Justifora unter der Leitung von Thiago Torrent. An der Universität Göteborg entsteht in Zusammenarbeit mit Benjamin Linkfeld ein schwedisches Frame-Net. Laura Yander und ihr Team bauen an der norwegischen Universität Tromsö ein Frame-Net für das Russische auf. An der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf entsteht unter der Leitung von Alexander Ziehm ein deutsches Frame-Net. Und auch an der Universität Keo wird von Kyoko Hirose Ohara und Mitarbeitern ein Frame-Net für das Japanische entwickelt. Alle Frame-Net-Projekte sind in der Global Frame-Net-Initiative gebündelt. Besuchen Sie doch einfach mal die Website. Aber zurück zum Thema. Sie möchten selbst eine Frame-Analyse durchführen, wissen aber noch nicht genau, wo Sie anfangen sollen? Kein Problem. Wir schauen uns jetzt an, wie man Frames im Frame-Net-Stil analysieren kann. Eine Frame-Analyse durchführen. Wie gehe ich vor? Die folgenden fünf Schritte helfen Ihnen, einen Zugang zu Ihrem Frame zu bekommen. Schritt 1. Formulieren Sie eine provisorische Definition des Frames und seiner Elemente. Welche LE evozieren den Frame? Welche Frame-Elemente weist der Frame auf? Welchen Elementen kommt der Status von Kern-FE zu? Welche Nicht-Kern-FE gibt es? Beziehen Sie an dieser Stelle nicht nur Fachliteratur, sondern vor allen Dingen authentische Beispiele ein. Schritt 2. Exportieren Sie Belegstellen aus einem Korpus-Recherchesystem wie dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, kurz DWDS, oder dem deutschen Referenzkorpus, kurz DIRICO. Schritt 3. Fügen Sie mittels Annotation zusätzliche Informationen zu Ihren Daten hinzu. Eine syntaktische Annotation dient dazu, Ihre Daten in Bezug auf prototypisch auftretende Wortarten und oder Phrasentypen auszuwerten. Da es mittlerweile online verfügbare Parser gibt, muss eine syntaktische Annotation nicht mehr zwangsläufig händisch vorgenommen werden. Beim Parsing wird einem oder mehreren Wörtern oder auch ganzen Sätzen automatisch eine Art Label, ein Tag, zugewiesen. Auf diesem steht dann, um was für eine Wortart oder was für einen Phrasentyp es sich handelt. Das automatische Parsen ist eine große Hilfe, ersetzt allerdings nicht Ihren kritischen Blick. Verfahren Sie also am besten nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Im Rahmen einer semantischen Annotation werden die Elemente des Frames identifiziert und mit den entsprechenden Frame-Element-Namen versehen. Schritt 4 Analysieren Sie nun die Schritte 1 bis 3. Welchen Einfluss haben die von Ihnen gewonnenen Erkenntnisse auf die vorläufige Definition des Frames? Nehmen Sie notwendige Ergänzungen und Anpassungen vor. Sie befinden sich nun auf der Zielgeraden. Schritt 5 Vor dem Hintergrund Ihrer Ergebnisse können Sie nun eine finale Definition des Frames formulieren. Reichern Sie diese um prototypische Beispiele an, die Ihre Aussagen belegen. Wenn Sie nun noch Ihre Vorgehensweise und die von Ihnen getroffenen Entscheidungen angemessen dokumentieren, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. In dem Wissen um die theoretischen und methodischen Grundlagen der Framesemantik sind Sie jetzt bestens gerüstet, um tiefer ins Thema einzusteigen. Vielleicht haben Sie ja sogar schon eine Idee, welche lexikalischen Einheiten Sie in den Blick nehmen wollen. Viel Vergnügen und bis bald! Ihre Framie Bis bald! 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 Vielen Dank.